so dann herzlich willkommen zum letzten teil dieser tutorial reihe und ihr seht schon ich habe hier diese konturen ausgeblendet und dadurch haben wir jetzt hier überall so reste so ghostings und die pinseln war tatsächlich alle über und zwar hier ganz hinten als hinterste ebene wo momentan eine weiße ebene liegt diese weiße ebene färben wir mal rot rot als hintergrundfarbe staun backspace und jetzt sehen wir all diese bereiche sind jetzt rot geworden und dadurch erkennen wir sie sehr gut was wir jetzt machen können ist hier drauf zu zeichnen nehmen uns unseren pinsel stellen auf 100 prozent und zeichnen hier einfach immer mit einer farbe die benachbart ist darüber also wenn wir hier um unsere rahmen herum zeichnen mit diesem rahmen grau dann verschwindet dieser rote streifen hier ziemlich gut das mal hier ganz hart und das ganze sieht dann geschlossen aus man kann auch einmal klicken shift gedrückt halten und zweites mal klicken dann verbindet er die zwei punkte mit dem pinsel hier haben wir schon mal den ersten rahmen bereich abgeschlossen durchgucken habe ich aber was vergessen hier nochmal rüber gehen zack super und hier gehen wir dann entsprechend nicht mehr mit schwarz bei sondern mit so einer dunkelgrauen farbe die ich mir hiervon gepickt habe ich kann in dem ich die alttaste drücken gedrückt halte hier einfach die pipette benutzen und einfach irgendwas hier auspicken dann hier entlang gehen und dadurch nur dadurch dass ich die nachbar bereiche auswähle kriege ich hier schon sehr gute ergebnisse hier vielleicht noch mal eingehen das müssen dunkler machen hier haben wir ein größeres stück vergessen und es geht jetzt eben darum alles was hier rot ist nicht mehr rot zu haben und öfter mal wieder eine farbe nachpicken mit der ich dann entlang gehe denn wenn wir eine falsche farbe wählen sieht es auch wieder komisch aus also wenn wir sehr dunklen farbe hier gehen dann sieht man es sieht auch wieder eigenartig aus also benachbarte farbe wählen dann funktioniert das ganze gut hier auch ein bisschen hell und so wollen wir hier möglichst alle unsere roten bereiche raus kriegen ein bisschen arbeit durchaus machbar hier nehmen wir natürlich irgendwie so was dunkles hier ganz nach drüben hier dann wieder zum grau lang gehen wenn dieses pixel raster hier stört was immer kommt wenn man bei 3 und kann man auch auf ansicht gehen und jetzt mal kurz gucken wo haben wir das pixel raster kann man eigentlich ausstellen anzeigen pixel raster da kriegt man es los mich stört das häufig in diesem bereich hier zack ja auch noch ganz viel rot und das gehört tatsächlich zu den bäumen hätte mich auch gewundert so 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 hier nehmen wir uns wieder so ein schwarz wenn es um die an die rahmen geht genau so wie hier und stück für stück entfernen wir so alles was hier rot ist ganz klein wenig rot drunter scheinbar ja auch so 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 hier mit schwarz rein und jetzt schon an den Rand gehen so so So, jetzt haben wir in diesem Bereich hier, das wäre ich hier. Es hilft bei dem ganzen strukturiert vorzugehen und nicht so wild durch die Gegend zu springen, wie ich es gerade mache. Den hat er noch nicht. Schön Shift gedrückt halten, wenn wir Punkte verbinden wollen. Hier oben jetzt noch. So. 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 Das sieht hier besser aus. Das ist noch eine ziemlich schwarze Stelle sonst geworden. So, gucken wir jetzt erstmal, ob im unteren Bereich noch was ist. Und dann machen wir mit dem oberen Bereich da weiter. Scheint alles weg zu sein. Hier auch. Gut. Dann machen wir nur noch den oberen Bereich. Vielleicht ist es mal ein bisschen strukturierter. Ich fange hier mal mit der Kante an. Ach, na. Kante. Hier erstmal die Bereiche. Die hier nicht in schwarz da kommen. So, ich glaube der Rest wird in schwarz. Okay. Okay. Vielen Dank. Boah, eilig. Boah, eilig. So, ich glaube, na, hier ist noch was. Eventuell. Und hier könnte noch was sein. Um jetzt alles, was da noch vielleicht an Rot drin ist, herauszukriegen, damit es am Ende im Zweifelsfall nicht rot ist. Wenn da irgendwo noch Rot durchschimmert wäre, wäre das nicht so gut. Können wir hier drüber jetzt einen Farbton Sättigung legen und hier auf Rottöne schalten und diese Rottöne hier alle herausnehmen. Können wir uns angucken, wenn wir hier alle Gruppen mal schließen. So, werde ich hier drüber mal ausmachen, sehen wir, der ist jetzt hier grau. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir noch einige störende Teile finden. Ich habe mich hier schon gesehen. Das sieht jetzt auch ganz gut aus, weil wir den Konturlayer wieder anhaben. Und vielleicht machen wir ihn auch an, nur machen wir ihn sehr fein. Also noch Deckkraft von 20, das, äh, ups, natürlich nicht hier im Hintergrund, der soll 100 sein. Na, hier bei Kontur auf 20, schauen wir mal, was uns das so bringt. Ja, damit sind die Kanten vielleicht noch ein wenig sauberer. Hier haben wir noch eine Stelle, wo es noch nicht so ganz gut aussieht. Ähm, das wird wahrscheinlich am Licht und Schatten liegen. Ja, ähm, und, äh, legen wir hier noch mal an. So, jetzt noch eine Ebene ganz oben an, wo wir dann hier so einzelne Pixelreihen, die, die noch nicht so stimmen, einfach noch mal korrigieren. Einfach indem ich hier mal mit irgendwas, was so die Helligkeit von dem daneben hat, drüber gehe. Und dann einfach wieder hier mit der Altpicken und einmal hier diese, diese hellen Streifen einmal runtergehen. Und hier, du, das kannst du genau andersrum. So, jetzt stört er mich da schon nicht mehr, aber hier oben noch. Na, komm her. So, hier so. Gehen wir da auch nochmal rüber. Da. Na, auch dunkel genug. Vielleicht hier stellen wir das schon zu dunkel. Ja, fast schon. Und dann hier einfach so ein bisschen mit dem Pinsel entsprechend über diese ein Pixelbreite Kontur gehen. Scheint jetzt erstmal ein bisschen lächerlich, aber es hilft tatsächlich am Ende nochmal. Das muss man nicht überall machen, wirklich nur da, wo es störend auffällt. In diesen Bereichen tut es das auch. Und eventuell war es das sogar schon. Wenn man vorher drauf achtet, dass sich alles schön überlappt, dann hat man die Bereiche nicht so und die kommen hier wirklich nur noch in diesen Schattenbereichen vor. Gut, das Bild ist soweit abgeschlossen und jetzt kommt noch so ein bisschen Staffage und so ein bisschen Anpassung. Also ich habe hier in meinem Vorlagebild, was natürlich irgendwie den Schatten falsch hat, habe ich hier so ein paar Vögel reingesetzt. Die habe ich hier auch, kann ich mir hier einfach reinziehen. Das ist ein PNG-Bild, entsprechend ist das schon ausgeschnitten, das ist schon freigestellt. Kann ich mir das einfach reinziehen und hier irgendwie die Vögel einpassen. Und dazu lege ich hier drüber nochmal einen Staffage-Ordner an. Neue Gruppe, Staffage. Und wo haben wir noch so violett? Machen wir das mal violett. Haben hier die Vögel. Sind mir momentan noch zu dunkel, also auch da nochmal eine Belichtung drüber. Ein bisschen heller machen. Vor allem mit Gamma-Korrektur, so wie es aussieht. Bei Gamma-Korrektur werden speziell die dunklen Bereiche aufgehält. Ja, so, vielleicht. Das Ganze nochmal kleiner. Upsala. Dann müssen wir hier runter. Dass wir hier in so einem Drittelpunkt unseres Bildes sind. Und dazu setzen wir nochmal einen Menschen hinein. Dann haben wir diesen hier. Der sieht hier ganz gut aus. Spiegeln den O. Natürlich nicht hier hin, nicht diese Ebene angewählt haben, weil dann wird er auch hier drunter unter diese Belichtung gepackt. Wenn wir die Belichtung anhaben, kriegen wir den so. Holds unter Spiegeln. Und hier so hinstellen. Ich habe das jetzt relativ frei schnauze die Größe von dem gemacht. Einfach dadurch, dass ich an dieser Stelle mich nicht darum gekümmert habe, hier den Horizont auf Augenhöhe tatsächlich zu haben. Eigentlich würde man jetzt den Horizont konstruieren und alle Personen, die man hier jetzt reinpackt, auf Augenhöhe mit der Horizontlinie packen. Dadurch, dass meine Horizontlinie in diesem Bild aber etwa hier liegt und dass auf keinen Fall eine Horizontlinie von 1,80 Meter etwa auch höher vielleicht sind oder 1,70 Meter. Aus dem Grund mache ich das mal nicht. So, hier habe ich ihn besser getroffen, ein bisschen kleiner als er wohl noch. Aber man kann das auch frei schnauze ganz gut hinbekommen. Wenn man sich so das gesamte Bild betrachtet, einfach so lange die Größe verändern, bis man das Gefühl hat, es sieht nicht mehr falsch aus. So, vielleicht jetzt auch bei dem hier ein bisschen Belichtung anpassen. Auch wieder einrücken, Gamma-Korrektur runterdrehen, sodass der ein bisschen Licht bekommt. Und der ist auch schon richtig beleuchtet. Also der ist von dieser Seite beleuchtet und von dieser Seite im Schatten. Das heißt, der passt hier sehr gut rein. Den habe ich hier auf dieser Seite Skygobber gefunden. Und vielleicht kriegt er auch nochmal so eine leichte Goldtönung, nochmal so einen Fotofilter da drauf. So, hier ein bisschen Gold nehmen machen. Was natürlich jetzt noch fehlt, ist ein Schatten für ihn. Dafür kopiere ich ihn mir einmal hier die Ebene. Kopieren kann man, wenn man alt gedruckt hält und eine Ebene dann einfach hier so verzieht. Dann legt er eine Kopie davon an. Und jetzt wieder mit meinem STRG-T das Ganze verzerren. Und hier einfach so, wir haben hier diese Richtung. In dieser Richtung muss auch etwa der Schatten hier verlaufen. Also legen wir das hier so auf den Boden. Gucken, dass wir hier diese Linie auch aufnehmen, dass das hier glatt drauf liegt. Und jetzt schauen wir nur noch, dass hier der Fuß richtig passt. Jetzt haben wir hier Schatten liegen. So, der soll jetzt natürlich schwarz irgendwie sein. Dazu haben wir die Ebene ausgewählt. Gehen auf FX und sagen Farbüberlagerung. Und können hier eine schwarze Farbe auswählen. Okay. Jetzt haben wir hier so ein kleines FX-Symbol und haben das hier drin. Dann können wir das auch ausschalten, wenn wir wollen. Und sagen jetzt einfach, okay, hier müssen wir jetzt noch natürlich die Deckkraft reduzieren. So, dass das diese Dunkelheit kriegt. Alles klar. Vielleicht ziehen wir den Schatten noch ein bisschen länger. Ich glaube, der ist noch ein bisschen kurz. Dadurch, dass das jetzt hier auch ein Smart Object ist, wie man hier dran sieht, weil ich es direkt reingezogen habe, dann wird es zu einem Smart Object. Dadurch merkt er sich auch die Position, wie das verzerrt ist. Also ich kann es dann einfach weiter verzerren. Auch das sehr praktisch. Und ein weiteres gutes Ding. Dieser hier hat momentan so ganz viele Schneeflocken auf sich. Wenn ich hier mit einem Doppelklick auf die Smart Ebene gehe, dann zeigte er mir hier momentan nochmal einmal das hier. Und dann öffnet er mir diese Ebene, genauso wie sie ursprünglich geöffnet war, in einem extra Fenster. Und ich kann die hier verändern. Also wenn ich mir hier zum Beispiel jetzt hier so ein Stift auswähle und hier mal diese ganzen Punkte hier versuche, einmal wegzumachen von den, zumindest mal den großen Schneeflocken. Ich mache das gerade einfach mit einem Stift. Das ist nicht die sauberste Methode, aber funktioniert. So klein, wie der da dann im Bild ist. So, machen wir hier mal so ein paar weg. Könnte das jetzt wirklich ganz genau machen, weil der läuft natürlich hier gerade durch den Schnee, aber er ist dann so klein. Ich glaube, das fällt sowieso nicht sonderlich auf. Also lasse ich es mal dabei. Upsa. Und sage jetzt STRG S, um das Ganze zu speichern. Und auch hier sind jetzt diese Bereiche erschienen. Beziehungsweise diese Änderungen vorgenommen wurden. Ach, ich scrolle gerade zu viel. So, nun haben wir hier also unsere Personen drinne. Und jetzt will ich ganz oben noch einen Bereich anlegen, wo ich noch ein paar Filter drüber schmeiße. So, das nennen wir Top Adjust. Ordner oben. Was für eine Farbe haben wir noch nicht. Rot. Und da rein mache ich erstmal eine leere Ebene, denn ich möchte jetzt eine Vignette anfertigen. Das heißt, dass das Bild nach außen ein bisschen dunkler wird. Das kommt einerseits daher, dass man das bei der Fotografie hat, wenn man Kameraobjektive hat, dann sind die Bilder, die man damit schießt, außen ein bisschen dunkler. Einfach, weil in das Objektiv an den Stellen nicht so viel Licht reinkommt. Gleichzeitig kann es aber auch so den Betrachter ein bisschen lenken. Ich mache hier also erstmal die Ebene schwarz. Richtig schwarz hier. Und wähle mir jetzt hier mein Ellipsenauswahlwerkzeug aus. Und mache hier eine weiche Kante von etwa 500 Pixeln. Und dann ziehe ich hier einfach einmal von Ecke zu Ecke. Und er macht hier einen Verlauf dazwischen. Und wenn ich das hier jetzt entferne, beziehungsweise hier für eine Maske anlege und die invertiere, dann habe ich hier die Außenkanten ganz schwarz. Und jetzt einfach die Deckkraft ein bisschen reduzieren. Man sieht, das Ganze wird einfach ein bisschen zentriert hier. Außerdem ist mir ein klein wenig zu dunkel alles. Also gehe ich einmal in eine Belichtungsebene rein. Die lege ich da drunter. Und das ganze Bild nochmal so ein bisschen heller. Und dann gibt es noch einen Trick, um jetzt ein bisschen noch Kontraste da rein zu bekommen. Darum mache ich das häufig, dass ich hier ein Farbton Sättigung rüberlege. Und das Ganze einfärbe hier auf Färben. Und in so einer Farbe, wie so die Bildstimmung ist. Also hier so was Goldenes, Rot-Goldenes einstelle. Und dann hier in der Verrechnungsart auf weiches Licht schalte. Und jetzt kriegt das Ganze auf einmal wahnsinnig knackige Kontraste. Und das kann ich hier eben über die Deckkraft auch regeln. Und wenn ich jetzt noch ganz schick werden will, kann ich einfach noch ein bisschen Licht reinpinseln tatsächlich. Also neue Ebene. Und mir hier einen Pinsel nehmen und den schön weich stellen. Und die Deckkraft davon ordentlich reduzieren. Und jetzt hier in meiner, von dieser neu erstellten Ebene, kann ich einfach mal direkt hier auf weiches Licht schalten zum Beispiel. Einfach so Bereiche, wo ein bisschen warm das Licht verläuft. Das ist da so ein bisschen, so ein bisschen strahlt das gesamte Bild. Hier so ein paar Bereiche hat. Es gibt viele Leute, die machen dann gerne noch so Objektivblenden-Flecke. Finde ich auch ganz schön. Muss man dann immer wissen, wo licht man sie hin. Denn es muss natürlich, so was kann nur entstehen an der Stelle, wo das Bild auch wirklich wahnsinnig überbelichtet ist. Das heißt, hier so ein Fenster, wenn sich da die Sonne spiegeln würde, könnte man so was haben. Dann kann man das einfach mal googeln vielleicht. Wenn wir hier Lensflare googeln. Vielleicht kriegen wir da schon was. Ja, man kriegt hier so ein paar Dinge. So was kann man sich dann da einfach drauflegen. Ich mache das mal beispielhaft hier mit. Das ist schön groß. Darf ich das überhaupt benutzen? Ich müsste hier ja noch in den Nutzungsrechnern darauf gehen, dass ich das auch verwenden darf. Machen wir das nochmal kurz. Und welcher sieht hier jetzt nochmal ganz gut aus? Dieser hier vielleicht. Den kopieren wir uns einfach mal. Und legen den hier rein. Spiegeln den. Legen den hier so ein bisschen so rauf. Und ein bisschen größer. Aber sowas ist es nicht so wichtig, wenn das ein bisschen zu groß skaliert ist. Weil das sowieso nicht so die knackigen Kanten hat. Und das Ganze kann man dann auf negativ multiplizieren stellen. Und der Kraft entsprechend anpassen. Und jetzt müssten wir hier natürlich noch die Übergänge weg maskieren. Dass wir hier so irgendwie mit einem schwarzen Pinsel reingehen. Der Kraft direkt mal hoch. Und hier so die Übergänge schön machen. Und dann könnte man hier so ein Lensflair reinmachen. Ja, warum eigentlich nicht? Den können wir nochmal ein bisschen einfärben. Dass auch der ein bisschen goldlich wird. Oder vielleicht auch gerade nicht. Schauen wir mal, wie sieht er am besten aus. Vielleicht tatsächlich eher so ein bläulich. Gut. Den wir den nochmal rein. Was mir jetzt hier noch nicht gefällt, sehe ich hier hinten gucken noch so Wolken raus. Die gefallen mir dann nicht. Dann nehmen wir die nochmal weg. Man sieht, zum Schluss geht man einfach immer nochmal so rüber. Und guckt, um das Bild nochmal anzupassen. Und auch diesen Lensflair, den lege ich mal hier unter diesen. Ups. Dann muss er natürlich mit dem Farbton Sättigung zusammen. Und dann lege ich den mal hier drunter, damit die Kontraste ein bisschen mehr erhalten bleiben. Gut. Ich glaube, ich schaue nochmal, wie mein Bild hier vorher war. Aber das hat noch ein bisschen mehr Kontraste. Die kann ich hier vielleicht noch ein bisschen mehr reindrehen. Aber ansonsten ist es recht ähnlich geworden. Nur, dass diesmal der Schatten richtig ist. Und ja, wenn ihr das einfach mal so nachbaut, dann glaube ich, könnt ihr daraus eine ganze Menge lernen. Für eure zukünftigen Arbeiten und auch die Aufgabe, die wir stellen in dem Kontext, das Ganze hier gerade gemacht wird. Genau. Viel Spaß beim Nutzen von Photoshop. Tschüss. 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 Tschüss.